Hallo mein Lieben Dutzendrasse und herzlich Willkommen zu einer weiteren Minecraft-Folge auf dem Server Goma HD und diesmal spielen wir nicht Bad Wars sondern auch mal TTT oh Alter, ruck jetzt schon wieder oh man, das muss doch ich muss mal kurz die Lobby switchen schaffe ich es noch? oh, schnell so, oh nein, ich geh in eine normale Lobby, Alter warum? so, jetzt geh ich geil, kann ich nur noch in diese scheiß normalen Lobbys aber egal so, gehen wir einfach mal in die, ähm, Runde Topia ähm ich habe in letzter Zeit ein bisschen öfters TTT gespielt das erklärt doch, warum ich, ähm, 730 Karma habe so, ich habe leider keinen Pass, aber dafür habe ich 63 gewonnene Spiele, also schon etwas hoffe ich denke ich und so weiter und so fort also schnell ok Joe und so und so bei Geil! Genau wo es ruckelt, werde ich Traitor. Traitor ist natürlich das Beste. Wird es nicht so laggen? Ich glaube, hätte ich ein bisschen mehr Spaß dran. Ein Inno ist gestorben, holy shit! Mann! Ey, ich wollte den! Mann, ich wollte den töten. Alter, legt es schon wieder. Legt von hinten? Oh! Es ruckelt! Des Todes! Oh! Ah! Was will der von mir? What the fuck? Was will der von mir? Traitor flucht! Oh! Nochmal schnell zwei Punkte! Hä? Ah! Hey, bist du dumm? Du bist auch Traitor! Nein! Hä? 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 Warum tötet ein Traitor mich? Moment! Hä? Hä? Ich check's nicht! Hä? 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 Egal, das war es erstmal für die erste Folge. TTT, ich hoffe es hat euch gefallen. Nein, Spaß! Hier wäre die nächste Runde. Moment! Oh. Eine erste Mal. Ich finde das. Gurn hat verlassen Daher Maroon So Minigun, perfekt Alter Was ist das? Minigun Alter Es leckt Des Todes bei mir So und ich bin Enno Aber das ist egal Ist mir egal Egal Was machst du da unten What the Oh my god Alter what Diva Traitor 100 pro Die hat ein Eisenschwert Alter Speedy Alter Ich dachte oh Voll hier Oh ich bin so ein Enno Und nein sie ist ein Kaltblütiger Traitor 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 Kann ich mir mal fragen ne Na geil Sind gelüftet Warum nicht Diesmal war es jetzt Die letzte Runde Die letzte Runde Für diese Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja könnt ihr auch gerne eine Bewertung da lassen Positiv oder negativ Wenn ja Dann lasst einen Daumen auch da Wenn es positiv ist Wenn nein Ist es mir auch scheißegal Wenn ihr solche Folgen Solche unfairen Folgen Solche krassen Folgen Nicht mehr verpassen wollt Könnt ihr mich auch gerne abonnieren Das war's für heute Bis zum nächsten Mal Ciao